So und damit herzlich willkommen zu GTA 5, kein Radiosender, also GTA 5 für den PC mit Michael am Steuer. Das kann ja nochmal gut gehen. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob wir die Piyu tun. Hm, wir gehen erstmal nach Hause zum Unterschlupf. So, wir sind ja nicht weit davon weg. Hat ja sich irgendwie geändert, der Unterschlupf? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall werde ich das nicht. Oh! Das war wohl nichts. Hallo, ich hab ne... Ich hab... Kannst du mir bitte mal zuhören? Ich hab ne Pann... Ach, dann eben nicht. Mann! Muss ich eben meinen Wagen holen. So, bevor ich hier in der Wildnis stehe, so ganz alleine. So. Ich tanze. Falls, falls du ausfragst. Ich glaub' ich glaub' der Unterschlupf hat sich sogar geändert. Von Michael. Das ist ja... Was hab' ich... Nein! Was hab' ich grad totgefahren? Oh nein! Ich hab' ne... Katze aus Versehen totgefahren. Oh! Oh! Oh nein! Oh! Oh nein! Oh! Oh! Das wollte ich nicht. Ich hab' dich nicht gesehen. Entschuldigung! Vielleicht sind wir da. Oder ist es das überhaupt? Wir haben keinen anderen Unterschlupf. Hey Jimmy, das ist dein Vater. Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht starten. Gasolina? Au. Nein, ich will das. Nicht. Ich will die Mission nicht starten. Ich wollte einfach nur in mein Haus gehen und ich will auch wieder zu. Michael? Ne, ich will das nicht. Kann ich hier irgendwie ein bisschen abbrechen? Ich will das nicht. Und ich will das nicht laufen. Oh nein! Perfekt. Achso. Ja, cool. Ich will sie nicht nochmal machen, weil ich wollte gar keine Mission machen. Ich wollte einfach nur meinen Umfeld unterschlupfen. Ach, wir sind wieder Michael, cool. Ist das jetzt mein Umfeld? Ich... Ich gehe lieber nicht rein. Warte, jetzt vielleicht Trevor, äh, Zeit. Oh, die haben immer keine Zeit. Das ist... Das ist ein bisschen blöd. Ah, Silber. Da... Silber ist meine... Ich liebe ihn zwar, aber die sieht cool aus. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. So. Und... Sprung. Aufschlag. Ich liebe ihn nicht nur. Ich liebe ihn. Jaaaay. Meine schöne Tür. Nicht weg. Naja. Nicht schlimm. 1st Person? Ey! Wow, habe ich gerade einen Vogel ausgesehen mitgenommen? Ist der da? Ist das ein Vogel? Ja. Hm. Okay. Na gut, das war es dann erstmal von diesem Let's Play von GTA 5 für den PC mit dem schönen Auto Comet. Comet, wie er heißt. Danke. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal sehen, was ich tue. Vielleicht gehe ich wieder in den Gäste, Jean-Modus oder sowas. Mal sehen, was ich tue und dann bis dahin. Und tschüss!